Moin Leute was geht herzlich willkommen zurück was findet ihr geiler modern warfare 2 das originale was schon ein paar jahre alt ist oder modern warfare 2.5 rtx bundles schlechte performance schlechtes anti cheat schlechte maps schlechtes movement scheiße was findet ihr besser black ops cold war mit richtig guten zombies oder call of duty vanguard das game was keiner gewollt hat was keiner gebraucht hat was am ende keiner gespielt hat ihr seht woraufs hinaus läuft die alten call of duty games sind wieder verfügbar so wie unter anderem cold war eben für alle verfügbar ist wegen playstation plus und da gibt es auch richtig coole gute runden die man spielen kann die server sind voll es macht richtig richtig spaß ich kann es jedem nur empfehlen der sowieso playstation plus hat selbst wenn er noch nie call of duty gespielt hat es ist umsonst leid euch runter aber und das ist das noch auch viel größere thema und da freue ich mich für jeden von euch der auch eine xbox hat die server auf den alten games also auf black ops 1 und black ops 2 und modern warfare 1 2 3 all die alten games egal wie sie heißen sind im matchmaking auf den servern wieder verfügbar und wir hatten in mw2 das originale mw2 nicht dieser billige scheiß abklatsch den wir jetzt haben vorgestern abends 116.000 spieler online müsst ihr euch vorstellen beim game was so alt ist microsoft hat es gibt jetzt nur noch eine instanz diese überbrücken müssen das ist nur noch eine formalie microsoft hat den deal mit activision durch bekommen sony hat verloren zu recht sony hat sich da angestellt wie ein kleines bockiges kind und einen tag nachdem das ftc gesagt hat mit der richterin der deal wird so durchgehen wir sehen keine einwände keine probleme mehr sony hat dann einen einen tag später auch ein zehn jahres vertrag für call of duty mit microsoft abgeschlossen dann wollten sie natürlich dann doch ganz schnell unterschreiben ein tag später sind diverse server für alte call of duty games wieder online gekommen und innerhalb von 24 stunden hat sich das wie so ein lauffeuer in den communities verteilt und die leute sind an ihre xbox 360 an die xbox ones und was weiß ich was welche konsolen reingegangen und haben angefangen die alten games wieder zu zocken und dazu gibt es ein zwei sachen zu bedenken das erste ihr könnt aktuell in ganz vielen shops keine alte xbox kaufen keine xbox 360 xbox one die sind überall ausverkauft das zweite jeder der mit playstation spielt guckt da ein bisschen ja wie soll ich das sagen in die röhre die server sind für die playstation nutzer im prinzip nicht nutzbar es gab damals kein crossplay ist schade für viele aber ich gönne es den xbox usern von herzen es wäre absolut geil wenn sony damit ziehen könnte beziehungsweise wenn microsoft und sony da gemeinsam die daraus machen könnten dass wir alle die alten games wieder zocken können das wird aber nicht passieren das ist ein ein teil der ganzen marketing idee die microsoft hat activision aufkaufen und selbst der konsol der xbox game passe die jetzt mit sicherheit den preis anziehen wo call of duty auch die alten games mit reinkommen deswegen haben sie diese server jetzt hochgefahren oder neue installiert oder wie auch immer sie es gemacht haben das ist alles strategie und idee und das ist ja auch verständlich die wollen aus diesem riesen die natürlich auch profit schlagen das heißt wenn ihr als playstation user auch wollen spielen wollt die alten games müsst ihr ehrlich gesagt eine xbox kaufen es wird euch nichts anderes übrig bleiben und das wird die nächsten monate und jahre so weiter gehen dass microsoft immer mehr für die xbox user raushaut und die playstation user so ein bisschen hinten dran stehen sag ich mal vorsichtig das ist aber auch abzusehen gewesen deswegen wurde dieser deal auch gemacht und ganz ehrlich ihnen gehört activision blizzard activision komplett warum sollten sie es nicht tun das zweite problem ist natürlich dass die alten call of duty games sehr vercheatet sind da gibt es unzählige mods und cheats und tools und sonst was selbst wenn jetzt so viele spieler und auch faire spieler da sind wird es darauf hinauslaufen dass ihr immer mal wieder in den lobbies cheater habt und sonst was ich würde mir von diesen affen einfach die laune nicht verderben lassen die tatsache dass ihr alle die möglichkeit habt die alten richtig guten call of duty zu spielen solltet ihr euch wirklich nicht von irgendwelchen kleinen geistigen kindern zerstören lassen die es witzig finden irgendwie zu cheaten in dem 15 jahre alten game damit sie 100 meter weit springen können ärgert euch nicht genießt die zeit die ihr habt cold war hingegen ist für alle verfügbar also crossplay für alle verfügbar für playstation user eben umsonst in diesem monat ich weiß gar nicht das geht jetzt irgendwie noch ein paar tage playstation plus ich glaube bis vierten achten oder sowas da solltet ihr unbedingt reinschauen von all den games die letzten jahre die wir hatten black ops cold war call of duty mw2 call of duty mw19 call of duty vanguard ist cw das mit abstand beste gelungene game und das unter der tatsache das track die das game mit ihrem namen sozusagen veröffentlicht haben weder der geplante entwickler für das game waren noch von anfang an daran gearbeitet haben noch ausreichend zeit gehabt haben und trotzdem haben sie ein produkt hergestellt mit circa man munkelt ein jahr entwicklungszeit was besser ist als modern warfare 22 modern warfare 19 vanguard und wie ihr es alle nennen wollt und noch mal als erinnerung für die dies nicht mehr auf der platte haben raven software die ja eigentlich jetzt nur noch für warzone zuständig sind und sledgehammer haben eineinhalb bis zwei jahre zusammen an black ops cold war gearbeitet es sollte eine co-produktion beider entwickler werden und nach circa eineinhalb jahren hat sich herausgestellt dass es unmöglich ist dass diese beiden studios gemeinsam an einem projekt arbeiten aufgrund von kommunikationsschwierigkeiten hierarchischen problem schlechten absprachen es gab zoff stress streit der entwickler untereinander der verantwortlichen beider studios activision ist dann irgendwann eingesprungen hat natürlich gesehen dass man da sehr viel geld verliert wenn er kein call of duty rauskommt hat das bis dato und bis heute beste der studios genommen treyak hat die da reingesetzt und gesagt ihr habt ein jahr zeit viel glück macht was draus und treyak hat das merkt man auch an ganz vielen sachen an cold war dass teilweise dinge fehlen dass es nicht fertig ist cold war wäre wahrscheinlich eins der besten cods aller zeiten sogar geworden wenn treyak von anfang an zeit gehabt hätte und wenn man dem game noch ein jahr zeit gegeben hätte für denkt nur daran wie wenig maps es am anfang gab ich glaube sieben maps oder so und wenn man jetzt cold war spielt wir reden von ich weiß gar nicht 18 19 maps teilweise neue maps sowie crossroads was eine richtig gute map ist ranked in cold war war nicht schlecht oder cdl liga war nicht schlecht fireteam dirty bomb wurde ja immer gesagt sollte mal blackout 2 sein ist ein modus gewesen der am anfang viel gespielt wurde und dann gestorben ist weil er halt gar kein support bekommen hat ähm cold war zombies viele aus der zombie community lieben cold war zombies ich habe sogar selbst ich der gar kein zombies mag fand es wirklich gut und dieses game könnt ihr immer noch oder wieder jetzt umsonst genießen und ich kann es jedem nur empfehlen wir haben wir zwischendurch schon ein paar stunden cold war gespielt klar es ist schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile vier jahre glaube ich und klar man hat da alles durchgezockt alle tarnungen gemacht man hat alles schon gemacht aber gerade wenn man so wie wir alle frustriert ist von der entwicklung die diese franchise genommen hat ist cold war aktuell für playstation user das beste was die machen können und alle anderen games ist für xbox users beste was sie machen können und ich freue mich einfach für die community für jeden der auch diese alten games zockt der vielleicht auch ungefähr so alt ist wie ich der viel früher schon angefangen hat dass der mit games jetzt wieder spaß haben kann die grafisch nicht so gut waren und die auch komische sachen hatten aber die als qualitätsprodukt einfach besser waren als alles was wir heute haben lasst mich in den kommentaren wissen was ihr die nächsten tage zockt bei mir wird es jetzt noch ein bisschen mw2 sein ich habe nämlich eine wette mit meinem chat dass ich level 850 schafft anfang der season war ich bei level 300 weil ich drei monat des game nicht angefasst habe und ab nächster woche geht es dann bei mir oder übernächster woche mit dem neuen wipe in tarkov los dann kommt starfield auf das ich mich freue und dann geht es auch schon an die beta vom neuen mw 3.5.8 v2 remastered oh weia lasst ein like da leute lasst ein abo da ich bin raus